Catherine, ihre Körpersprache weckt an die Queen Catherine, Princess of Wales, 40, glänzt bei ihrem Staatsbankett-Auftritt. Ganz in weiß und mit geschichtsträchtigen Schmuckstücken zieht sie im Buckingham Palace alle Blicke auf sich. Doch dafür könnte auch ihre Gestick verantwortlich sein. Denn die erinnert laut Experte an eine andere Royale. Daren Stanton, Experte für Körpersprache, sieht bei ihrem Auftritt viele Parallelen zu Queen Elisabeth. 96. In welchen Momenten ihre Gestick und Mimik an die verstorbene Monarchin erinnert, erfahren Sie im Video. Verwendete Quelle, Chiazeit.com